Ihr wisst, dass uns hier auf diesem Kanal kein Eisen zu heiß ist, um nicht angepackt zu werden. Und heute packen wir wirklich die ganz heiße Nummer an, die die Medien an diesem Tag jedenfalls bestimmt. Und das ist Schuppett. Schuppett ist Lagerfelds Katze. Und offenbar ist Schuppett bald sehr, sehr reich. Jedenfalls, wenn man den Medien Glauben schenken mag. Die Bild-Zeitung hat zuerst auf den Titel gehoben und glaubt zu wissen, dass Schuppett rund 150 Millionen Euro erbt. Guckt man sich die näheren Headlines an, so heißt es hier, seine Katze erbt. Wer erbt? Er ist tot. Erbt Schuppett das gesamte Vermögen. Schuppett erbt 150 Millionen und, und, und. Also die Crème de la Crème, der Investigativreporter, haben sich hier wieder ins Zeug und auf die Tasten gestürzt. Doch wir gehen noch eine Spur tiefer und fragen uns natürlich, ob Schuppett die 150 Millionen überhaupt behalten kann. Nach deutschem und nach französischem Recht. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und wenn es nach Karl Lagerfeld, dem verstorbenen Star-Designer von Chanel, ging, dann war nichts gut genug für seine Katze Schuppett. Schuppett trank Wasser aus einem Silberbecher und bekam Kroketten in Soße, mal Kroketten für Young Female und dann wieder Pastete. Das hat Lagerfeld selbst mal in einem Bunte-Interview gesagt. Und da kann man sich schon vorstellen, dass der Modedesigner auch möchte, dass nach seinem Ableben für die Katze gesorgt ist. Mit seinen unmittelbaren Verwandten hatte er nicht viel Kontakt. Es gab Kinder seiner Schwester. Da war allerdings nicht sonderlich viel Kontakt, ob man die Kinder enterben kann. Der Schwester steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Es gab aber sieben Patenkinder. Da sollen welche von Erben, insbesondere der zwölfjährige Hudson Krönig, der soll der Prinz der Patenkinder gewesen sein. Sein Vater, Brad Krönig, ist ein Topmodel und stand bei Lagerfeld unter Vertrag, war einer der bestbezahlten Männermodels der Welt. Also das sind welche, die sollen einiges abbekommen, das ist schon ganz klar. Aber Schuppett, Schuppett, die Katze, soll auch ihren Löwenanteil, oder sollte ich besser sagen Katzenanteil bekommen. Schauen wir uns doch mal an, ob das überhaupt möglich ist. Und zwar zunächst mal nach deutschem Recht. Und nach deutschem Recht sieht es so aus, dass die Übernahme eines Erbes mit Rechten und Pflichten verbunden ist. Und da kann man schon ein bisschen ins Grübeln kommen, ob so eine kleine Katze überhaupt Pflichten übernehmen kann. Schon schwierig. Und dann schauen wir uns, wer in Deutschland rechtsfähig ist, relativ weit vorne im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, nämlich Paragraf 1. Und da steht drin, dass sich die Rechtsfähigkeit nur auf den Menschen bezieht. Und Tiere sind leider nicht rechtsfähig, denn sie werden vom Gesetz her als Sachen eingestuft, beziehungsweise Sachen ähnlich. Also schon schwierig. Und dann haben wir in Paragraf 1923 BGB noch die Voraussetzung, dass nur derjenige erben kann, der zur Zeit des Erbfalls noch lebt. Und dass nur ein Mensch erben kann. Also haben wir das Problem, dass Schuppett jetzt gar nicht so richtig als Erbin in Betracht kommt. Was passiert aber, wenn Lagerfeld das trotzdem in seinem Testament geschrieben hat? Haben wir uns auch angeschaut. Dann ist das Testament unwirksam. Und im Übrigen habe ich mir auch das französische Recht angeschaut. Da läuft das genauso. Auch da können nur Menschen Träger von Rechten und Pflichten sein. Und auch da wäre das entsprechend unwirksam. Dann führt das zu der normalen gesetzlichen Erbfolge, sodass dann wieder die Kinder der Schwester, zu denen Lagerfeld ja angeblich kaum Kontakt hatte, die alleinigen Erben wären, wenn ansonsten nur die Katze eingesetzt worden wäre. Aber wir wissen ja, das Testament ist in der Summe schon noch ein bisschen diffiziler. Gerichte deuten dann manchmal auch um, was möchte der Erblasser? Naja, er möchte irgendwas zum Tierwohl tun und dann fällt die Knete manchmal dem nächsten Tierheim zu. Das wäre bei 150 Millionen Euro natürlich eine stattliche Summe Geld. Was hätte Lagerfeld tun sollen? Oder hat er ja vielleicht auch getan? Nun, er hätte eine Person seines Vertrauens zum Alleinerbe machen können. Und dann sagen müssen, dass es aber gewisse Auflagen für das Alleinerbe gibt. Ist eine Person Alleinerbe, erbt derjenige natürlich auch Schuppett, die Katze von Lagerfeld. Und die Auflage wäre dann, dass man sich um die Katze kümmern soll. Man kann genau sagen, wie sie gepflegt werden soll, wie oft man Gassi gehen soll und und und. Jetzt ist aber das Problem, dass Lagerfeld ja tot ist und nicht mehr überprüfen kann, ob diese Auflagen auch eingehalten werden. Deswegen sollte er zusätzlich noch einen Testamentsvollstrecker einsetzen, der wacht genau über diese Auflagen. Und als Motivation für den Erben, die Auflagen auch einzuhalten, würde man sagen, naja, mit jedem Mal, wo du die Katze nicht fütterst, musst du eine Million vom Erbe wieder abgeben. Zum Beispiel. Das dürfte Motivation genug sein, damit Schuppett täglich ihr Fresschen bekommt. Und natürlich kann man auch sagen, dass das Erbe komplett verloren geht, wenn man sich nicht richtig um die Katze kümmert. Man sollte auch die Entscheidung über das spätere Einschläfern nicht unbedingt dem Erben überlassen, sonst ist ja die Katze ja vielleicht auch schnell wieder los, sondern da Regel, das müsste dann ein Tierarzt machen. Andere Möglichkeit, die würde sich für Lagerfeld sogar anbieten, er gründet eine Stiftung, vielleicht die Chuppett-Stiftung. So eine Stiftung ist ja auf die Ewigkeit angelegt. Und die Knete, die die Stiftung erwirtschaftet, kennen dann immer Schuppett zugute. Das wäre eine runde Sache für Schuppett, die hätte ein langes Leben in Saus und Braus. Was genau Herr Lagerfeld hier gemacht hat, wissen wir nicht. Die Medien überschlagen sich, als wenn die Katze hier wirklich 150 Millionen oder womöglich 400 Millionen Euro geerbt hat, sein Gesamtvermögen. Das geht nicht, weder nach deutschem noch französischem Recht. Deswegen, wenn es solche reißerischen Headlines gibt, sind wir diejenigen, die das wieder richtigstellen und Jura in die Gesetzessystematik einrücken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch ein wundervolles Wochenende. Wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin. Tschüss und bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020